und 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 jetzt kannst du starten und und was weiß ich das passiert muss ich hier aufnehmen nicht nur jetzt auf hallo ich auch standardmäßig in den rausschneiden nö so klar hat die ganze folge so hoch also wenn ich zum beispiel minecraft oder so spiele mit einem kumpel dann mache ich Splitscreen oder so also aber sonst so kann man losgehen? äh jo los und was hast du schonmal so ein kumpel mit dem du einfach über alles reden konntest und einfach der dich verstanden hat? ja hattest du den nach äh hast du dich mit ihm gleich verstanden oder erst nach ein paar Wochen oder so? ja also ich kam in die klasse rein bei denen damals und da war der noch nicht ähm da also da war der gerade irgendwie im Krankenhaus oder so und dann haben sie alle in der klasse gleich gesagt ja du wirst dich mit dir gut verstehen und das war so mhm ich habe mich am ersten Tag mit ihnen äh in Skype äh ne wir haben sogar schon erst im Whatsapp nur geschrieben und dann nicht mehr irgendwie geredet oder so und wir haben es da schon verstanden nur durchschreiben schon allein her achso hast du auf annehmen geklickt? mhm ok warum brauchen wir so lange zum suchen? kannst du Minecraft Survival Games äh anschauen? das letzte wo war da war da war der äh ja der zweite Bildschirm der rechts oben dann ist ach du spielst ja stimmt du spielst ja auch Minecraft ja können wir mal ähm eine Skype-Kontri machen mit zwei Weibern also die wohnen bei mir in der Nähe zwei Weibern ja oh hä äh den können wir mit denen zusammenspielen ey what the fuck ey what the fuck er steckt die ganze Zeit auf annehmen ja sonst lassen wir mal den Timer ablaufen wenn wir angenommen haben ja endlich das das Wettkampf immer gemein oh A lang oder B lang ich weiß nicht keine Ahnung wie gesagt ich spielst du mit den Ansagen oder? nö gar nicht also weißt du auch irgendwelche Ansagen oder? also Echo äh hier Echo oder so halt Echo Runde C 1 2 und 3 also halt A lang B lang oder so halt ach so ja aber die hören meistens sowieso nicht drauf nö nö wenn dann halt dann dass ich sagen kann halt wo ungefähr Gegner sind oder so so ja natürlich generell so warte mal Granaten ach ich wurde Dreck gekillt geil ich ne ich hab schon killt ah ist ja noch Aufärmerrunde ne oder? ja ich wurde weggesniped von der AWP 440 Schaden Eintreffer alter tschüss also ich hab auch so nen Hacker erlebt hier in dem Spiel leider ey komm das kannst du nicht vermeiden ja das stimmt aber grad den Counter-Strike ist übergemein hä hä lo ich hab den ja nicht getroffen ey das ey ich hab jetzt leider schon Angst dass ich das hier ein Hacker äh ein Türker als Hacker ist ne ohne Spaß dieser ähm ich hab leider die dieser Al Capone da der kommt mir irgendwie gleich Suspekt vor weil ich hab den getroffen und da steht dann 443 Schaden ein Treffer von ihm mit der AWP obwohl ich ihn mit der SG irgendwas mit halbautomatischen also halt den Versatz von der MK12 getroffen hab ja und ich hab ihn getroffen ich hab ich also Al Capone ja das stimmt er ist ein verrücklichen Türke er ist er auch vor allem weiß der äh ein Schöpter im Kiefer im Kiefer lol ich hab den getroffen 100% hab ich den getroffen oh mein Gott hat das geleckt wo der mich abgeschlossen hat das hat des Todes geleckt mhm nur noch ein Spaß B4F als Klantik äh Alang oder wer hat'n Bombe überhaupt ich weiß nicht ich muss oh jetzt labern die hier auch noch boah schlimm ich weiß gar nicht wie immer der das ähm auch das habe ich noch nicht Wettkampf gespielt also äh lass Alang du bist der oder? ich bin orange wird angeschrieben Warte ich hab ne Granate, warte, 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 warte Ah ok war keiner Ah rechts ist einer Ah ja der Camper Der Ekepon Der ist gleich rechts Scheiße, er hat mich auch Wie viel Damage hat denn der bekommen bitte Ich hab den Eintreffer gemacht Einen? Ja Obwohl das bei mir ein bisschen mehr aussah Ja kam mir auch irgendwie so vor Oh erkepon nur noch Bei uns ist Kobi Kobi Games TV Der hat noch 24 HP Mal gucken Der wird sowas schon sterben Oh mein Gott, das hat der ein Glück bisher Ah Ja Er ist der Ekepon Wallbang Erstmal gemacht Ich nehm einfach nur die Desert Eagle Mehr Waffen brauch ich nicht So Ich nehm die CZ Ok Gehen wir wieder unten lang Ja Ok dann lass uns campen da Und warten Oh er läuft schon den Weg Er läuft bei denen Pass auf Warte Nein Danke Jetzt hab ich noch 92 HP 98 Oh mein Gott Ich hätte gar nicht den kann da rüberwerfen Hab einen noch Wird genommen Bin aber da Oh unten Kommt einer da Ja Ja Das ist ein AWP Ja Ich hab denen sogar Schaden gemacht ey Rechts gucken, rechts Oh Gott Es sieht immer so dumm aus, wenn man jemandem zuguckt ey Das sieht man so kaputt Ach wir haben schon wieder verloren Habt ihr das gedacht Ja gell Komisch irgendwie so Ja ne Wie können wir verlieren? Echt Voll unrealistisch Ich hoffe jetzt mal ne Galli Es ist voll das Chile-Spiel So Kevlar-Helm Guck ich mach mal Kevlar-Helm Und ein ganzer Quatsch Ich würd sagen wir smoken einfach mal A lang oder? Oh geflasht Oh Ähm hier unten kommt nachher der Oh fuck Ich weiß es nicht Ob der Ja der hat mich schon Exend gegeben ey Der ist einmal vorbeigelaufen und hat mich gekillt Also der Al Capone Der kämpft da unten hinter der Tür Da Und das ganze Team ist von denen noch da Ey Ja klar Hat der den Stand gemacht? Ne mit drei Schüssen aber irgendwie kamen die drei Schüsse bei mir irgendwie wie einer an aber so Aber okay Ich kann auch schon ne ich kann keine AWP machen Ich könnte äh ne es gehen mach ich nicht Es geht scheiße Die mit AK Ich mach wieder hoch explodiert Ergiste Runde muss ich wieder ECHO machen Seil ECHO Runde Naja Hä wie er erstmal rumschreit Come to B Der kommt der bitteschön jetzt noch zu B alter Au 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 Geweckt Ich hab 27 Leben immer Aua 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 Hast du statisches ähm Fahrendkreuz? Äh Da darf einer hinter Da darf einer hinter Ah und sie vor allem noch einen da Hab ihn Loll Loll Von wo Von wo ein wo Ey dieser LK Porn war Der geht einem so auf den Sack Ich will sehen wo er war ganz ehrlich Ich kassier gerade das übelst Alter 2 4 Merk hier nicht so schön wie du Ja ey ich bin auch nur mit Pistole Du mein ne der der Eagle irgendwie voll geil Es kann auch Leute mit Pistole Da 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 oh mein Gott Oh mein Gott Ey wir haben Ein Edge Stipp ne Ein Edge Stipp Aber guck mal Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Äh wir haben so ein Lob auf dem Team Kommt mir irgendwie so vor Ja echt so Weil irgendwie rennen alle verstreut rum Das ist so nett Ich muss jetzt Echo drunter machen Ok Also sprich Lass mal B gehen Wir sind jetzt die ganze Zeit A gegangen Ja stimmt Kann nur besser werden Ich hab Bombe Ich wär so ein Russe Das hörst du raus ey Wo kommen die Gegner hier? Komm ich mit Pistole Das ist die Frage Da kommt einer Aha also es war ein Smoke Es war nur Smoke Alles gut Es war nur Smoke Gut Ja bist du? Dage Wieso hab ich denn jetzt nen Timer aus? Wirklich? Habe ich nen Timer aus? Du stehst ja gerade so dumm Bin ich rausgeflogen? Ich steh doch nix da Eigentlich müsste ich ja jetzt wieder gleich reinkommen Oh mein Gott Bitte lass mich keinen Timer out haben ey Kannst du nur kannst du wieder nachschauen Bin ich noch drunter? Du bist noch im Gen Ja Fuck ich sie die Zeit nicht Ah eine Minute was? Eine Minute noch Ich wollte mich grad gucken wann wie Tab ist Also wegen Tab Dann bist du alt Tab oder was? Ja Ja Na ke desi Bei der dist Ja Alke Ich kann Campten da immer noch Fuck du hast die Bombe Das Problem Ja eben Und das Bazzesco boxt Ah ich bin wieder Aber ist bei mir immer noch time out Ich hab da oben den Timer Schieß dich umher Oder stehe ich einfach so dumm Ja ich bin auch Alter das ist doch behindert ey Oh wen hab ich geohnt? El Capone hab ich gehört? Ich kann wieder verbinden Ah ok Ne hä nein will ich nicht Oh yo nice camp Alter Diese Leute war die da campen Der die Runde ist sowieso gleich Hä wie du schaust zu Hä du kannst doch nacht schon Ja ne ich kann nur zuschauen Hä nein du kannst nacht schon auch Ein Wettkampf? Kann ich nicht nacht schon Ja du kannst nacht Du musst doch eigentlich Du musst doch eigentlich nacht schon können Weil du rausgeflogen bist Mh nein konnte ich nicht Hä fail Schau euch grad zu Wo bist du denn? Ah da bist du Und die Gegner kann ich auch fail Leute ich bin ja immer noch Hä? Ich stehe immer noch da rum Ich könnte mich ja töten Boah von hinten Alter man die Laufen ist einfach nicht Oh Gott Ja jetzt töte sie bitte damit sie voll die dort mal raffen damit welche von hinten kommen Ne ich kann sie nicht töten Nein ich meine der Typ ä 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 Ich meine die Leute raffen uns ja nicht damit ich hinten gestorben bin Der LK Porn ist drüben wo wir immer langgegangen sind bei A Seite Wow die haben ihn getötet Da snipen wir durch Ne ne die haben ihn schon getötet Eins gegen zwei läuft Ein LK Porn? Der kommt jetzt runter zu euch Der ist noch am Leben LK Porn Ne ist er nicht So Ich gu- ich schau zu weil mir ist er noch am Leben Ne ist er nicht er ist tot Ah ok jetzt ist er bei mir auch tot Achso jo du schaust ja zu stimmt ja ne das ist Zeitverzöger Achja Da war ja was Mann ich hab ich mach mein AUK3 haben Ich fuhrein join Nein nein es flasht mich entlappen Oh lol Es war eine richtig nice Grenade Ist so richtig geil wieder zurückgeflogen Ihr habt verloren oder? Ja aber wir sind schon bei der nächsten Runde wieder Ah lol Äh lol Äh lol Äh lol ich hab den ja Todoki alter What the fuck ich hab nicht auf den geschossen Nein Hast du den HUNK? Oh der so gut wird das Mh Wollen wir mal das ist jetzt Sichtzeitverzögert oder? Ich stelle mir schlägt es jemandem anderen zu weil ich schon tot bin Tot war Pfff Ohhhh 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 Kobi Games hat zwei Leute getötet Vor ungefähr fünf Sekunden Hm Hm One versus one Nice Äh was ist denn das Toki-Game Oh ja das ist aber Das ist aber Er springt jetzt über eine Mauer gleich rüber denkbar Also ich stehe jetzt beim X da Nice Ey und nicht passt unser erster Sieg Loll Ich weiß ich brauch Ich brauch Cookie und Aki Ich muss wieder mit meinen Kumpel spielen Cookie Ja der heißt Kadim eigentlich Oder unter anderem Akrim aber Ich nenne Cookie und ne anderen Aki Okay Flashback I'm throwing a grenade I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback Deck in Ich 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 Toboki wird abgestimmt Er ist tot Wer Ist noch nicht grad gestorben Äh, ja. Okay, Alkapon hacked sorry Wattda Ted Ich schiesse zu auf den aber kickeen Hit bei mir G guards Toboki ist so schlecht. Ich bin auch gerade aber mega schlecht, ich habe gerade keine Kill gemacht. Obwohl, 6-8 geht da eigentlich noch, oder? Ja. So, jetzt spielen wir mit der Scheider, das kann es ja nicht sein, ich sterbe so oft. Es ist ein Sniper hier, mit einem Flashback! Grenade! Smoke! We need the bomb! Oh, wo? Bei mir wurdest du gerade gekillt. Ja, da müsst ihr echt weit hinten. Ich bin gerade bei der Runde, nach der ihr gewonnen hattet. Soll ich nochmal schon eine Bombe planten, damit ich Geld bekomme? Ja, geil, das ist Taktik. Wieso habe ich jetzt eine Blankgranate? Okay. Ah, wahrscheinlich ausgenommen. Kann es sein, dass der Bot um... Gitzler, Alter, ohne Spaß. Gut, dass ich da nicht lange gegangen bin. Ich verstehe eine Blank. Ich lösen eine Flashback! Ich löse die Blank. Und ein blösteres Schiffffes! Ich löge die Blank! Ich sehe die Blank! Ich gehe die Blank! Ich spreche die Blank! Da bin ich etwas! Ich nehme diese Blank zu��! Ich nehme die Blank! Ich nehme die Blank! Ich nehme die Blank! Na, keine Blank... Ich liebe die Blank! Ich nehme die Blank! Wege die Blank! ja neun spaß der LKP kriegt kein Hit von mir einfach das wird nicht angezeigt was ist das für ein Scheiß boah Junge du warst doch grad ich schwöre du kriegst sowieso nicht so schlecht Junge what are you doing neun spaß der hat so gezielt ich hab grad der tötet ihn jetzt nicht so einer läuft das ist ein äh da gehts ja gar nicht jo vielleicht ich selber Junge du musst planten ähm jo schön mit 4 HP alter ja natürlich so noch 5 Runden dann ist es Zeitenwechsel Spass eigentlich könnte ich mit ja ach so ist das da das da so P90 so 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 Uiih... So... äh äh jo oh man wirklich habt euch schon oh man I'm sorry I'm so sorry weißt du er ist so sorry er ist so tschuldigung weißt du jetzt hab ich grad gespielt P90 hatte ich grad grad das ist ziemlich gut eigentlich so jetzt guck ich mal Al Capone zu die eine Runde hier nicht mir ne wegen ähm X-Ray gucken aaa aber mal über durch die Wende schon weißt du mhm is a very good idea deswegen nehm ich jetzt auch auf ich bin jetzt so schlecht in Counter Strike ok 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 mhm 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 die schalldämpfer geht klar eigentlich umher hab ich jetzt x-ray an dreh dich du knecht x-ray lk von kommt immer so gern von hinten das hab ich schon mittlerweile gemerkt lk von ist weg ojo alter noch einer am leben abgezogen ja so gut sind die eigentlich gar nicht fällt mir grad auf also sie können schon was also wir können auch was also ist so eigentlich finde ich gleich unsere teams sind gleich gut aber das war der wettkampf eigentlich auch das wird auch so gemacht eigentlich damit alle teams gleich gut sind ja ne lk von hat kein hack er hat einfach nur luck vor allem meine hand ist schwitzig kennst du das